So, an dieser Stelle wollen wir uns dann mit dem zweiten klassischen Wachstumsmodell auseinandersetzen, das wir hier kennenlernen, das sogenannte klassische Full-Employment-Modell. Das unterscheidet sich von dem Conventional-Wage-Share-Modell, insbesondere in seiner Theorie über den Arbeitsmarkt. Aha, große Überraschung. Im Conventional-Wage-Share-Modell hatten wir ja die Annahme eines herkömmlichen Lohns, beziehungsweise einer herkömmlichen Lohnquote. Die exogen gegeben war und wo wir dann gesagt haben, der tatsächliche Lohn passt sich an diesen exogen gegebenen herkömmlichen Lohn an und darüber haben wir das Modell geschlossen, das heißt, wir haben genügend Modellgleichungen zusammenbekommen. Im klassischen Full-Employment-Modell legen wir eine andere Arbeitsmarkttheorie zugrunde. Hier gehen wir davon aus, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt, weil der Arbeitsmarkt nämlich geräumt ist. Wir sprechen daher von dieser Full-Employment-Assumption, also der Annahme, dass es keinerlei Arbeitslosigkeit gibt. Davon abgesehen gibt es zahlreiche Ähnlichkeiten zum Conventional-Wage-Share-Modell. Zum einen nehmen wir wieder an diesen arbeitssparenden technischen Wandel. Dementsprechend wachsen die Kapitalintensität und die Arbeitsproduktivität, auch der Lohn, eben Kapitalintensität und Produktivität wieder mit dieser exogenen Rate Gamma. Die Variablen auf Basis der effektiven Arbeiterinnen mit der Tilde, die bleiben konstant über die Zeit, genauso wie im Conventional-Wage-Share-Modell. Insbesondere sind die Theorien für die Produktion, das Investment und damit einhergehend eben auch die ersten drei Modellgleichungen komplett äquivalent. Was jetzt eben neu hinzukommt im Full-Employment-Modell, ist die Annahme, dass es ein konstantes exogen gegebenes Bevölkerungswachstum gibt. Das war ja im klassischen Rate-Share-Modell anders. Diesmal ist das Bevölkerungswachstum exogen gegeben. Und zudem ist eben die vierte Modellgleichung anders, weil hier jetzt eine andere Theorie des Arbeitsmarktes dem Ganzen zugrunde liegt. Und diese Theorie des Arbeitsmarktes, wollen wir uns das jetzt nochmal genauer angucken. Vorher hatten wir ja die Annahme eines herkömmlichen Lohns oder einer herkömmlichen Lohnquote. Jetzt gehen wir davon aus, dass das Arbeitsangebot, wie gesagt, über die Bevölkerung mit einer gegebenen Rate wächst. Und der Lohn passt sich so an, dass gegeben dieser exogenen Menge von der Bevölkerung der Arbeitsmarkt geräumt ist. Das bedeutet hier, das Arbeitsangebot ist immer gleich der Arbeitsnachfrage, sprich der Gesamt... Genau, also Arbeitsangebot ist immer quasi gleich der Arbeitsnachfrage. Wie funktioniert das Ganze? Achso, genau, hier in dem Zusammenhang sehen wir hier dieses N. Das ist die Rate des Bevölkerungswachstums. Also das nur jetzt zur Info, damit da keine Verwirrung kommt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass keine Technologie-Wahl besteht, also wir wie vorher jetzt erstmal den Fall betrachten, wo es nur eine Produktionstechnik gibt, dann besteht ja die Möglichkeit von Mismatch. Also dass die angebotene Menge von Jobs nicht zusammenpasst mit den nachgefragten Mengen von Jobs. Es könnte sein, dass es zu wenig Kapital ist. Das bedeutet, dass es quasi zu wenig Möglichkeiten gibt, die Bevölkerung mit Arbeitsplätzen auszustatten. Sprich, wir hätten Arbeitslosigkeit. In dem Fall würde man jetzt hier argumentieren, das führt dazu, dass der Lohn sinkt. Also wir haben jetzt hier in dem Fall dann eine Veränderung des Lohns zur Folge. Umgedreht, wenn jetzt zu viel Kapital ist, dann haben wir eine Unterauslastung des Kapitals, dann würde der Lohn wahrscheinlich steigen, um quasi die Bevölkerung, oder um quasi dann die Unterauslastung des Kapitals zu senken. Im Gleichgewicht muss aber in jedem Fall gelten, dass die insgesamt die Kapitalausstattung so ist, dass genügend Jobs für Vollbeschäftigung da sind. Wenn Sie das jetzt hier erstmal irgendwie irritiert, dass Sie sagen, hier auf der linken Seite steht irgendwas mit Kapital, auf der rechten Seite steht hier eine Menge an Arbeiterinnen, wie passt das von den Einheiten zusammen? Einfach die Erinnerung hier, dass das klein k ist ja quasi Kapital pro Ausstattung. Und wenn wir jetzt diesen Doppelbruch hier auflösen, dann kürzt sich ja quasi das k raus. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auf beiden Seiten der Gleichung eine Menge von Arbeiterinnen stehen. Und quasi diese Gleichgewichtsbedingungen, davon gehen wir eben aus, dass die erfüllt ist. Und jetzt kann man sozusagen eine dynamische Betrachtung hinzufügen, damit in der nächsten Periode dieses Gleichgewicht immer noch erfüllt ist, muss, weil ja quasi die Bevölkerung exogen wächst, der Kapitalstock mitwachsen. Aber wenn der Kapitalstock zu langsam wächst, dann haben wir nämlich, haben wir vielleicht in der aktuellen Situation Full Employment, aber in der nächsten Situation nicht, weil dann quasi das Bevölkerungswachstum stärker war als das Kapitalwachstum. Das heißt, der Kapitalstock muss sozusagen mitwachsen. Das bedeutet sozusagen, dass die angebotene Arbeit in T plus 1 korrespondieren muss zum Bevölkerungswachstum. Bevölkerungswachstum, wie gesagt, hier, dass dieses 1 plus n, das heißt, wenn die Bevölkerung mit diesem Faktor 1 plus n wächst, dann muss eben auch der Kapitalstock so wachsen, dass die angebotene Menge von Jobs dementsprechend auch passt. Was machen wir? Wir setzen dann hier für dieses, für die Angebotsmenge zum Zeitpunkt T, können wir einsetzen, quasi das, was wir auf der Slide davor hier reingeschrieben haben und wir setzen das eben gleich mit dem Wert für den Zeitpunkt in der Zukunft, also in T plus 1 und hier diesen Ausdruck hier einfach K zum Zeitpunkt T plus 1, den können wir ja einfach umschreiben, indem wir hier einfach die Wachstumsrate für das Kapital explizit mit reinnehmen und hier unten für das Klein-K nehmen wir den uns bereits bekannten Gamma-Parameter, weil wir ja quasi berücksichtigen müssen, dass jetzt auch die Produktivität entsprechend steigt. Wenn wir das jetzt hier auflösen, dann können, oder also diesen Teil, den können wir umstellen, umstellen, indem wir uns nämlich einfach mal hier diesen Teil rauspicken und auf die andere Seite diesen Ausdruck hier schreiben. Dann sehen wir, dass wir hier dieses KT, Groß-KT durch Klein-KT auf beiden Seiten haben, das heißt, das können wir rauskürzen und das Ganze impliziert dann eben dementsprechend hier diesen Zusammenhang mit den Wachstumsraten und das können wir wiederum umstellen und durch diese Umstellung bekommen wir dann was als natürliche Wachstumsrate bezeichnet wird. Und diese natürliche Wachstumsrate, das ist die Zielgröße für das Kapitalwachstum, wenn es Vollbeschäftigung geben soll und das ist eben die vierte Modellgleichung im Full-Employment-Modell. Das heißt, die Idee ist hier, wir haben exogenes Bevölkerungswachstum, wir gehen davon aus, dass es zum Full-Employment kommt, das heißt, es muss immer so viel Kapital da sein, dass die Bevölkerung mit Jobs versorgt werden kann. Bedeutet, wenn Bevölkerungswachstum, dann muss auch quasi der Kapitalstock mitwachsen und weil wir davon, weil wir annehmen, also die erklärende Kraft geht von der Annahme des Full-Employment aus, wenn wir annehmen, es gibt Full-Employment, dann impliziert das exogene Wachstum der Bevölkerung eine bestimmte Wachstumsrate für den Kapitalstock, nämlich genau die, die Full-Employment auf dem Arbeitsmarkt sicherstellt. Das heißt, die wirklich erklärende Kraft ist hier eigentlich das exogene Bevölkerungswachstum, was über die Full-Employment in Kombination mit der Annahme des Full-Employment dann die Wachstumsrate des Kapitals determiniert und dieser Zusammenhang ist eben die alternative Theorie für den Arbeitsmarkt im Full-Employment-Modell und eben die Gleichung, die die Gleichung des Conventional-Wages gleich dem tatsächlichen Wage im Conventional-Wage-Share-Modell ersetzt. Insgesamt ergibt sich dann das folgende Gleichungssystem, wenn wir mal sozusagen diese vierte Gleichung ersetzen. Das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich erstmal sehr bekannt vorkommen. Also die Gleichungen sind zunächst mal recht ähnlich und auch, aber wo wir quasi einen Unterschied haben, ist hier bei den exogenen, bei den endogenen Variablen. Um das besser darzustellen, hier mal eben dran, das Ganze für das Conventional-Wage-Share-Modell. Wir sehen hier, dass die Gleichung 1 eigentlich ist exakt die gleiche. Das macht auch Sinn, weil ja unsere Grundannahmen im Produktionssektor genau die gleichen sind und das Gleiche gilt hier auch für die Gleichung 2, die den Konsum definiert und hier die dritte Gleichung, die Cambridge-Gleichung ist auch die gleiche. Wir haben ja auch gar nichts an diesem Optimierungsproblem der Kapitalistin geändert. Wo wir ja wirklich was geändert haben, ist am Arbeitsmarkt und demzufolge ist hier die vierte Gleichung eben auch eine andere. Wenn wir hier eben im Conventional-Wage-Share-Modell diese exogene Bestimmung des herkömmlichen Lohns haben, haben wir hier im Full-Employment-Modell eben den gerade diskutierten Zusammenhang, dass über die Annahme des exogenen Bevölkerungswachstums, also hier, und die Annahme, dass es eben Full-Employment geben muss, wir hier die Wachstumsrate GK determinieren. Und das schlägt sich dann tatsächlich auch nieder in dem Set von endogenen und exogenen Variablen. Wir sehen nämlich hier die Wachstumsrate der Bevölkerung als neue exogene Variable im Full-Employment-Modell wieder. Nämlich diese Variable, die hatten wir so im klassischen Wage-Share-Modell noch nicht, wobei ich jetzt hier auch gerade sehe, dass hier noch das Gamma gefehlt hat. Das war ja auch im klassischen Modell exogen gegeben. Ansonsten sind hier eigentlich keine Unterschiede zu erkennen. Wir sehen allerdings auch, dass sich die Erklärungsstruktur dadurch natürlich verändert hat. Wirtschaftswachstum ist jetzt nämlich nicht mehr endogen, in dem Sinne, dass wir sagen würden, wir erklären wirklich, wie das Wirtschaftswachstum zustande kommt. Wir haben hier zwar das Wachstum des Kapitalstocks als endogene Variable drin, aber letztendlich wird es ja vollständig durch das exogen gegebene Bevölkerungswachstum bestimmt. Die Erklärungskraft kommt ja vollständig aus dem exogen bestimmten Bevölkerungswachstum in Kombination mit der Full-Employment-Assumption. Das beides ist ja die kausale Kraft, die das Wirtschaftswachstum erklärt. Und das hat beidreiche Implikationen. Dann zum Beispiel im Conventional-Wage-Share-Modell hatten wir ja den Zusammenhang, dass wenn die Kapitalisten mehr sparen, dass das einen Einfluss auf das Wirtschaftswachstum hat, weil das Wirtschaftswachstum, oder hier determiniert durch das Wachstum des Kapitalstocks, ja dadurch bestimmt wird, wie viel die Kapitalisten von ihrem Gesamzeinkommen sparen und zum Aufbau des Kapitalstocks verwenden. Das ist jetzt in dem Full-Employment-Modell nicht mehr so. Wenn die Kapitalistinnen jetzt ihre Sparquote erhöhen, dann führt das nicht mehr dazu, dass das Wachstum steigt, weil das Wachstum nämlich vollständig, wie gesagt, durch das exogene Bevölkerungswachstum determiniert wird. Die Änderungen, die sich dadurch ergeben, dass die Kapitalistinnen dann mehr sparen würden, würden in diesem Fall vollständig durch Änderungen in Löhnen ausgeglichen. Und da seht ihr, dass die, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so eine große Änderung ist in dem Full-Employment-Modell, dass die zugrunde liegende Erklärungsstruktur schon eine ganz andere ist und tatsächlich recht weitreichende Implikationen hat, die wir dann natürlich auch empirisch irgendwie zur Validierung der Modelle verwenden können. Und es ist natürlich auch so, dass viel von der Schlagkraft dieses Conventional Rate Share Modells, was ja die Klasseninterdependenz im Zentrum hatte und auch letztendlich im Zentrum zur Determination des Wachstums drinnen hatte, das haben wir im Full-Employment-Modell nicht mehr so, weil das Wachstum hier eben komplett durch dieses exogene Bevölkerungswachstum bestimmt wird. Das heißt, es ist in dem Sinne, könnte man sagen, weniger radikal oder weniger spannend. Nichtsdestotrotz, ich habe das am Anfang schon gesagt, die Erklärungsmuster sind sehr unterschiedlich in diesen Modellen, aber es hängt eben so ein bisschen davon ab, welche Annahmen wir treffen wollen und welche Annahmen vor allem adäquat sind für den aktuellen Fall, den wir bearbeiten wollen, weswegen es halt häufig auch beide Modelle zum Einsatz kommen und beide Modelle sind auch bis heute tatsächlich insbesondere als Kernelement für komplexere Modelle noch weiterhin in Verbindung. Das heißt, es macht schon durchaus Sinn, sich mit beiden auch auseinanderzusetzen, auch wenn Sie jetzt mit Blick auf die Gleichung sagen, okay, vielleicht das erste finde ich erstmal intuitiver als das andere, aber gerade solche Intuition lohnt sich auch und das könnt ihr ja auch machen mit den Daten, die euch zur Verfügung stehen, mal so Plausibilitätschecks zu machen, welches für die Länder oder für die Kontexte, die euch am meisten interessieren, das geeignete Modell ist. Im Folgenden wollen wir aber noch das Modell noch von was anderem abgrenzen, nämlich von einem klassischen Full Employment Modell. Das war das, was wir vorher im Rahmen dieser Veranstaltung schon mal kurz angesprochen haben und jetzt in der nächsten Session nochmal genauer aufgreifen werden. Auch in den neoklassischen Modellen haben wir oft diese Full Employment Annahme, allerdings liegt der ein ganz anderer Mechanismus zugrunde und das wollen wir uns jetzt gleich nochmal im Detail angucken. Ja, also auf den ersten Blick wirkt dieses Full Employment Modell mit seiner Annahme des geräumten Arbeitsmarkts ja schon fast neoklassisch. Allerdings ist es wichtig zu unterscheiden, insbesondere weil wir uns ja jetzt dann demnächst auch mit neoklassischen Wachstumsmodellen beschäftigen. Der Mechanismus, der hier für Vollbeschäftigung sorgt, ist ganz anders. Das Argument hier ist, dass die Situationen eines Nichtgleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt instabil sind, und zwar auf folgendem Grund. Also gehen wir mal davon aus, wir haben einen zu niedrigen Lohn. Das würde bedeuten, dass wir verhältnismäßig hohe Profite haben. Das bedeutet, dass der Wachstum des Kapitalstocks ist größer als das Bevölkerungswachstum, was zu einer Überauslastung vom Kapital führen würde und demzufolge zu einem steigenden Lohn und das würde dann diesen zu niedrigen Lohn am Anfang ausgleichen. Sprich, hier ist der Lohn sozusagen die endogene Variable, die hier angepasst wird. Gehen wir von der anderen Situation aus, wo wir hier einen zu hohen Lohn zu hohen haben. Das würde einhergehen mit zu niedrigen Profiten, weil ja quasi wir diesen Trade-off zwischen Löhnen und Profiten haben. Damit einhergehen würde, würde dann eben eine langsamere Kapitalakkumulation als Bevölkerungswachstum und die Konsequenz wäre Arbeitslosigkeit und dann dementsprechend ein sinkender Lohn, der wiederum dann den zu hohen Lohn am Anfang ausgleicht. Im neoklassischen Kontext ist der Mechanismus, der dem Ganzen zugrunde liegt, anders. Wenn wir da von einem zu niedrigen Lohn ausgehen würden, dann bedeutet das, dass die profitmaximierenden Entrepreneure bzw. Kapitalistinnen eine arbeitsintensivere Produktion wählen und das wiederum dann zu einer erhöhten Arbeitsnachfrage führt und das wiederum dann die Löhne erhöht. Also das ist hier sozusagen die profitmaximierende Entscheidung der Arbeitgeberin, die hier dazu führen, dass der ursprünglich zu niedrige Lohn ausgeglichen wird. Gleiches Prinzip beim zu hohen Lohn. Da würden eben die profitmaximierenden Firmen eine kapitalintensivere Produktion nehmen, einhergehen mit geringerer Nachfrage, verarbeitet und dementsprechend auch sinkende Löhne. Das heißt, auch wenn diese Full Employment Assumption erst mal auf den ersten Blick ähnlich ist, ist es am Ende doch ein sehr anderer Mechanismus, der dem Ganzen zugrunde liegt. Und das ist nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, insbesondere für den nächsten Punkt, wo wir uns mit den neoklassischen Wachstumsmodellen dann nochmal genauer beschäftigen. Entsprechend möchte ich jetzt auch schließen hier mit einem kleinen Ausblick. Zum einen, der Hinweis, das haben wir uns jetzt nicht im Detail angeguckt, ist auch nicht nötig, wie bei dem Conventional Weight Share Modell kann man das Modell auch mit vielen Produktionstechniken und der Wahl der Produktionstechnik formulieren, zum Beispiel mit einer Cobb-Douglas-Produktionsfunktion. Die Ergebnisse ändern sich dann nicht. Das Modell ist wie das Conventional Weight Share Modell empirisch schon mal nicht so schlecht. Beide haben aber ein Problem, nämlich dass die Wachstums- und Profitraten über die Zeit hinweg relativ konstant bleiben, in echten Ökonomien diese aber mit wachsendem Entwicklungsstatus in der Tendenz eher abnehmen. Also das ist so ein bisschen ein ähnliches Problem, nur nicht ganz so gravierend wie das, was wir aufgegriffen haben, um aus dem Conventional Weight Modell das Conventional Weight Share Modell zu machen. Auch hier ist es so, dass wir die Modelle leicht anpassen können. Und diesmal auch hier ist es so, dass es wieder was mit technologischem Wandel zu tun hat. Wir können hier den technologischen Wandel weiter endogenisieren, um diesen Fall der Profit- bzw. Wachstumsraten mit steigender Entwicklung abzubilden. Das ist dann auch wieder so ein typischer Fix, wo man halt quasi das Modell, den Ausgangspunkt, den man schon kennt, nimmt und dann eine endogene und eine exogene Variable und Modellgleichung mit dazu nimmt. Für alle, die es interessiert, die können wir in das Kapitel 7 von dem Polybuch reinschauen, insbesondere der Abschnitt 7.1 und 7.2. Da ist es am Beispiel für das Full-Employment-Modell erklärt. Und für uns vor allem relevant, weil das eben so ein typisches Prinzip ist bei der Arbeit von Wachstumsmodellen, man findet irgendwie eine empirische Regularität, die im Modell exogen ist oder dem Modell sogar widerspricht. Und man ergänzt dann eben diese endogenen, exogenen Variablen, um dieses Phänomen zu erklären. Das funktioniert meistens ganz gut und es ist vor allem für euch sehr attraktiv, denn wenn ihr jetzt diese Kernelemente schon kennt oder insbesondere diese beiden großen Ausgangspunkte in der klassischen Wachstumstheorie, Full-Employment-Modell und Conventional-Wage-Share-Modell, dann seid ihr gut ausgestattet, was weitere Ergänzungen von diesen Modellen angehen. Und zum Beispiel, sowas ist immer eine nette Sache, wenn man in seiner Masterarbeit da irgendwie arbeiten möchte und empirische und theoretische Arbeit kombinieren will. Das ist natürlich immer cool, so eine Ergänzung da in den Blick zu nehmen und vorher noch empirisch zu motivieren. An dieser Stelle wollen wir es aber jetzt mit dem klassischen Full-Employment-Modell belassen und diese weiteren Ergänzungen würde ich dann einfach euch einfach mal überlassen, für den Fall, dass es euch noch interessiert oder ihr euch da bestimmte Aspekte noch mal genauer anschauen wollt. Vielen Dank.